ARD Text im Auftrag von Funk Ah ne, die zieht auch ne Hurrikan, so wie es aussieht Oder? Ne, da ist noch ne 109 dahinter Die eine Hurrikan verpisst sich jetzt an, oder? Schaut es so aus Äh, ich seh noch nen Kontakt auf weiter über Wasser raus Ah, das ist die andere Hurrikan Die sind jetzt beim Hafenbecken von Calais Nördlich raus Also die eine ist beim Hafenbecken, die andere verpisst sich grad weiter Richtung England Versuch jetzt die beim Hafenbecken anzugehen, die ist niedriger Die andere bleibt oben Ah ne grad mich beschossen im Head-on Ja, das wird die andere gewesen sein Ich komm jetzt hinter der Äh, niedrigen rein Bin jetzt runter hier Alter 60, ehrlich Scheiße Das ist halt nicht auch gut Ich hab da drauf gegeben Hab da drauf gegeben, hat was verloren Äh, wie schauts bei eurer Hurrikan aus, was macht die? Kurvt weit über Rolf Okay, also die kommt nicht runter Nördlich von den Cliffs Äh, wenn wir schauen, dass ich es irgendwie runterkriege Weil die herumgefallen ist mir nicht so Oh ja, jetzt kommt sie irgendwo runter Na Rolf jetzt Oh, geplatzt Okay, die kommt runter oder was? Na, jetzt kommt die Nö, ich werde die verfolgt von mir jetzt schon Bist du wieder? Alles aufgesprungen, sehr schön Hallo Hallo Äh, was war's noch? Äh, Karaya, kommst du mal bei deinen Leuten ab, die noch irgendwelche Beförderungen kriegen? Also Jo Ja, ähm Auszeichnungen glaub ich nicht Beförderungen, könnte man schauen, was da wieder zu machen ist Lass mal durch Gut, schlecht Gut Oh, ja Wow Da ist die Wow, wir haben die ganze RAF unter uns eh What the fuck? Ja Wahnsinn Mindestens vier Feindmaschinen, ich glaube eher fünf Machen die grad Formationsflugübungen, oder? Ach du Scheiße Ich komm Das ist doll werden los Echt was, so irre Ja man Ich komme Obertober, oder? Warum war das grad so ein Knäuel Jetzt hat sich wieder so ein bisschen auf Ich komme nach Dober Oh verdammt, der kommt mir her da und macht so eine Kacke Oh scheiße Hält ne Hülammlob, bis ich aufmachen Die scheiß Säge, das ist echt nervig Oh 300 für 6 Interessant Ich hab eine Hurricane die grad hochsteckt draufgegeben Ich ziehe jetzt Sprit Die ist eine 109 hinterher gestiegen Ich geh nochmal drauf Habe nochmal draufgegeben Habe nochmal draufgegeben Mir folgt jetzt eine Hurricane Ich drück mal leicht an Sollte aber eigentlich nicht gefährlich werden Ich ziehe Richtung French Point Bin jetzt auf Halo 30 Drück leicht an Hurricane bricht weg Boah, eine? Hurricane bricht jetzt weg Was sind noch mehr? Was ich da sehe? Was ich da stürzt ne Feindmaschine mit einer Erhöhung rein Schaut wie ne Speedy aus Ah, Victor, ja, zu mir danke Oh, was macht die, was macht die Hurricane, ey? Ne, die will nicht, dass du sie anstürzt Ah, ich hab eine Feindmaschine am Deck Oh, shit, jetzt... Ah, oh ja, ich seh sie noch Am Deck mit der Kanal zwischen French Point und Folgestone Ah, da wird die Hurricane wahrscheinlich mit reingestützt sein Ah, ja, 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 ja Luftkampf da unten Ja, Victor, sehr sehr, ist ein 3 Alter, wie siehst du das? Das ist ja irre Ja, da ist eine 109 mit einer Speed am Arsch Und der Speed flippt Wo ist die Hurricane? Die seh ich jetzt nicht Ah, oh ja, ich seh die Hurricane Äh, 109 ist hinter der Hurricane Und dahinter ist die Speed Und dahinter ist die... ah, ja, wie ich das jetzt Oh, ja, mal dahinter reingehen Oh, ja, mal dahinter reingehen Alter, zu schnell Ah, ich hab meinen Piloten getroffen Ah, das bist du, oder was? Ja, das könnte sein Scheiße Okay, warte Ich versuch's dir Oh, shit Ja, fucking Moose, alter Nein Ich will den! Ich will den! Ich will den! Ich will den! Recht mich, Jürgen Recht mich Ja, aber ganz sicher sicher Hast du ihn getroffen? Nein Ah, da ist noch eine zweite Speedy übrigens Er zieht mir noch, oder? Ah, der Wichser, das gibt's ja nicht Ah ja, vor ihm ist noch eine zweite Speedy Habt ihr draufgegeben? Ja, und der honchierst mir noch, ist ja klar Er zieht aber mir hinterher jetzt Die erste ist flippityfloppt weg Ah ja Hat sich wieder gefangen Ah, gehst du wieder drauf? Ja, ich gehe auf den Moose noch einmal Okay Ja, die ziehen jetzt beide nach Norden So wie's aussieht Wenn wir die zweite... Wenn wir die zweite... Wenn wir die zweite... Ja, die hat auch schon gefressen, also... Ja Dem geht's nicht mehr so gut Ich will aber Moose fahren, Alter Ah ja Ja, scheiße, keiner Ja Habt ihr anderen nochmal draufgegeben? Mhm, ich hab gesehen Ähhhh... Muss ich jetzt... Ah, oh ja, der ist weit hinter mir Der ist am Deck Ja, ja Gehst du auf den drauf? Ja Ich zieh ihn einmal, ich glaub der wird wahrscheinlich eher in mich reinsteigen, weil ich weniger Energie hab als du Ja, ich bin eh grad auf deiner Ne, der verfolgt keiner von uns Achso, der fliegt weiter, gell? Ja Der fliegt weiter Der ist ja voll auf Deck, Alter Ja Ja Wo gehen wir mal? Alter, mehr rechte Kanonis eingangen Der Penner Oh, 06042 Ah, da ist ne Feindmaschine unter mir Sehr schön Hi Karaja Ibanez hier Super, wie stürzt der Harry an? Toll Ah fuck Im letzten Moment hat der Penner mich gesehen hier in der Speed Scheiße Ah Oh Weil eine Speed und eine Harry stürzen mich an Ja, ja, ja Oh, die seid direkt über mir, das gefällt mir immer oft nicht Ich drück an Volllast Die haben mich noch nicht gesehen, nämlich Hoffe ich Oh, du ziehst genau runter auf mich, ey Echt? Soll ich nicht? Wie hoch bist du bitte? Deck Normal bist du immer höher Naja, ich seh dich Naja, ich kann dir grad nicht helfen, aber ich meinst du mir eh nur Harrys Drück an, drück an Drück an Danke Boah, da hat ne 109 drei Feindiger dran Und da runter Und da runter Und da ist auch wieder ne 109 mit jeder Menge Naja Mah, dieser Arschloch Bug Soll ich vergessen den BG Bug oder was? Na? Die Umdrehungen Ich hab' nicht mitgekriegt, dass er zu schnell dreht Ich hab' ihn zu gesund mit 3000 umdrehungen zu fliegen Boah, die 109 macht's einem echt nicht leicht hier was zu helfen Kurvzeit ist leider Ja, voll Bisschen ist leicht gesagt Naja, außerdem hab' ich keine 20er mehr, was natürlich auch scheiße ist Ja, das ist lustig Ja, hier mit der Kanal geht's grad noch immer ziemlich ab Komme gleich Ich zieh' hier eine Speedy Richtung French Point Ich bin auf fast 40 Ich bin auf fast 40 Der Perforated... F**k. Nein! Ja, ich hab hier keine Munition mehr, ich geh einfach direkt landen. Bisschen 5 und so. Bisschen aber unter Radarge. Der krieg jetzt keine Peilung mehr. Nee, die ist auf Halo 5 ungefähr. Ja, die. Jetzt habe ich Peilung wieder. Ich geh mal drauf nochmal, ich hab ihm wieder einen G-Scard draufgegeben. Ja, ich sehe gerade bestürzt. Wo? Oder was rein? Crashen. Bist du gerade hinter? Ja, ich bin gerade reingestürzt, aber wie gesagt, nur MGs. Aber... Ich brauch halt bald Hilfe, mein Motor wird nicht mehr lange halten. Ja, der Flicke nach West. Nach Westeros. Ja, und der 109 ist ja schnell. Ist da noch eine oder was? Ah ja, da ist noch eine dahinter. Ja. Ja. Maschine macht schlapp. Dann werde ich mich mal bemühen, hier landen zu gehen. Ich werde mal hier bei so einem zerbombten Feld landen. Ich habe hier eine Schneise. Ich habe auch schon probiert. So eine Schneise hier, wo keine Krater sind. Richtig. Du darfst nur keine Krater erwischen. Ich habe hier mal die Müll-Kur-Wilder. Alter, die scheiß Speedkur-Wilder. Naja, Spaß macht so zu viel mitgepann, aber was weiß. Aber geht. Ich sehe glaube ich deinen Aufschlag, aber ich sehe den Feind nicht. Kann ich dahinter sein, oder gleich da rüber? Ah nein, ich sehe ihn. Der ist ganz auf Deck. Ja, der ist bei Maki jetzt ungefähr in der Richtung. Ah ja, kennt seine. In seiner Spiti. Ja, ja. Ja, der fliegt jetzt ungefähr Richtung Südwesten. Oh, der ist ein zweites Spiti. Echt? Ja. Ach, habe ich doch vorher noch nicht gesehen, weil ich eine Flak-Volkj unten gesehen habe. Aber ich habe gleich 109 gesehen. Na ja, ich bin jetzt bei Maki mit zwei Spiti's. Ja, scheiße. Willkommen hin. Aber ich glaube, derweil noch frei. Egal, ich halte jetzt mal ordentlich Geschneckert hoch. Oh nein, eine kommt auf mich rein. Maki bist du noch? Maki, ja. Eher bei... Ja, ich halte jetzt ungefähr auf Bologna zu. Ah, okay. Ich bin jetzt östlich Maki nicht. Ich spiele in die Richtung. Ah ja, sehe dich, glaube ich. Ja, ja. Oh, das sind ein Haufenkontakte. Also, ich bin jetzt fast am Deck unten. Ja. Ich drehe jetzt über Lisa noch mehr nach Süden. Ich möchte nicht unbedingt ins Kampfgebiet in Nord-Zern. Er spret mal auf lange Distanz nach. Ich sehe eine auf Halo 15 dazu. Ja, es ist glaube ich eine. Die zweite ist glaube ich jetzt über Maki auf 15 oder was. Ah ja, das ist dann die... Ich sehe, glaube ich. Ich sehe, glaube ich. Ich sehe, dass ich jetzt gerade aufstehe. Ja. Pilotkill. Oh, schön. Oh, was? Oh, kenne ich nicht. Oh, ich habe eine zweite dran. Ah ja, liegt er. Du bist aber hinter dir, oder? Ne, ich bin vor ihr. Wenn ich hinter ihr wäre, ist ja nicht schlimm. Stimmt. Ah, er sehe dich. Stößt drauf. Oh, die erste, die ich beschossen habe, warpt gerade weg. Stimmt, die habe ich jetzt gerade gesehen, nämlich hier. Die andere ziehe ich gerade, Richtung Osten. Aber ich würde ja glaube ich dasselbe machen wie vorhin, einfach mit hoher Geschwindigkeit wegsteigen. Ja, ist sehr gut. Jetzt 500 drauf, werde jetzt in den Steigflug gehen. Und Treffer bricht, glaube ich, weg. Ja. Ja, danke. Okay, ich bin hinter dir. Ah, macht ein schönes Manöver. Was, uh, was macht denn der? Der hat viel angedrückt gerade. Ja, ich komme jetzt gerade auf ihn rein. Fangen wir nochmal drauf an ihm. Schön. Komm mal nochmal rein. Ah, der. Was macht der? Ne, er fliegt noch. Motor ist aus. Ah ja, er segelt nun mal. Auf ihn. Ah, er liegt. Escape Capture. Ah, PFT Zoom, das ist doch der, der dich vorhin angeknabbert hat. Ja, der war das. Angeknabbert ist gut. War Treffer. Und Motor steht. Ah, noch ein Kontakt. Direkt voraus. Den siehst du eh, aber der andere ist auf deiner 10 Uhr. Selbe Höhe. Kommt auf dich herein. Ah, richtig. Ja, danke. Jack sieht heute nichts. Nein. Nein, ich sehe generell hin mit dem 17-Zoll-Monitor. Immerhin ein Kampf. Ah, Speedy geht unter dir durch. Geht, glaube ich, auf mich weiter. Ich werde mal defensiv gehen. Also ich versuche, den Head-on auszuweichen. Ja, richtig. Ja, gut. Ausgeglichen, der andere Kontakt kommt hinter dir jetzt ran. Ja, danke. Das ist ein Hurricane. Ja, er geht auch head on mit mir, das will ich nicht. Danke. Der zweite dreht jetzt an auf dich wieder. Ja, ich sehe es. Geht der andere dafür auf mich. Ja, sehr geil. Ja, pass auf. Die Hurricane ist aber jetzt nicht so flott unterwegs. Ja. Ja. Ja, der versucht ja gerade in mich reinzusteigen. Was schafft er nicht? Boah. War bei der Lesart ganz schön, muss ich sagen. Ich versuche, ich versuche dir zur Hilfe zu kommen. Die Speedy steigt mir halt noch hinterher. Kannst du dich Speedy angehen? Das ist auf deiner 9 Uhr. Hinter mir. 9 Uhr, selbe Höhe bin ich. Und unter und hinter mir sollte die Speedy noch sein. Ah, das ist ja. Ja, jetzt. Ich habe mich selber so. Halb in der Luft jetzt gerade. Geschwindigkeit. Habt der Hurricane draufgegeben? Ja, Victor. Ah, die fliegt noch nicht weiter. Speedy folgt mir. Ja. Kannst du mal die Speedy bitte angehen? Ja. Oh, ich kreie. Ohne dass die Hurricane... Fuck you, hey. Okay, ähm, ich komme herum, ich werde mal die Speedy vers... Oder je nachdem, wer höher ist. Ich glaube, die Hurricane ist diesmal wieder höher. Was ist jetzt bei die gerade? Nehmer. Hurricane draufgegeben. Die hat ordentlich geschluckt gerade. Speedy ist jetzt deutlich unter mir. Speedy ist deutlich in mir reingflogen. Oh, hast du Öl? Ich habe irgendwie alles und ich bin gerade... gerade voll in mich reingecrasht. Hat's den jetzt ein Riesen, oder? Nein. Ist es ja wieder geschluckt. Alter. Fickt sich. Oh, lol, soffert es. Okay. Los. Ah. Ah, los. Hey. Ja, ich zieh beide sogar. Lange, lange, lange 6. Also noch aus Gefahr, aber ungefähr auf San Domea zu. Ich bin jetzt über den Klippen. Ich stehe über die Tri-Cliffs, äh, Tri-Field. Tri-Cliffs. 20, ah ja, dann bist du über mir. Okay, ich habe beide unter mir. Die ziehen gleich durch. Ich glaube nicht, dass die die Energie haben, um mich reinzuziehen. Obwohl es einer versuchen könnte. Ich gehe den höheren an. Der andere zieht weiter, niedrig. 4,3 Kilometer. Draufgegeben, hat Wasser und Öl. Der andere zieht herum, will auf mich gehen. Ich bin nämlich über wie Sauert. Äh, oh, Speedy hat hochgezogen, hat mir nachgeschossen, nicht getroffen. Äh, ist jetzt direkt über den Cliffs. Die andere habe ich abgelassen, ist am Deck, mal mit Motorschaden. Die zweite ist über den Cliffs auf 20. Drückt an. Ja, die drückt auf Deck runter. Ah ja. Hat die Wasser? Ne. Und ja, nichts. Die ist jetzt, die hält auf die Tri-Fields zu. Ein Stückchen nördlich davon, jetzt gleich mitten in den Tri-Fields drinnen. Ja. Ist jetzt direkt über den Tri-Fields. Bricht. Äh, wir sind auf Deck runter, also Halo 5 ist sie. Hält jetzt wieder auf die Clippen zu. Halo 5. Äh, bist du hier in der Nähe? Äh, kurz herum ist jetzt nördlich zwischen Clippen und den Tri-Fields. Ich geh nochmal rein. Genau bin ich. Hört schon. Hier auf Flakburg. Äh, Speedy ist jetzt direkt nördlich der Tri-Fields. Kann ich sein, dass du mir gerade folgst auf Halo 25. Hi, let's kill. Oh, hab ich da. Ah, auf Halo 25. Genau, dort hab ich den. Geht runter. Ich bin jetzt genau bei den Clippen eigentlich. Neuer Speed am Arsch. Oh, zwei Speeds am Arsch. Ah, 109er Speed am Arsch. Schneider hat sich eigentlich blöd angestellt. In seiner Speed. Boden. Klingt ausgereglich. Ja, so ein Lemming-Train abwechselnd wie Speed 109. Speed 109. Das ist gut. Klingt wie War Thunder. Oder das deutsche Hörner, oder? Pflup. Und weg ist er. Warutu. Waratu. Waratu. Warutu, mein. Ja. Waruti. Tutti-Futti. Pft-Sambos. Sehr gut. Da. Let's do it. Shit. Oh. Dude. Oh, ich hab gedacht, da ist eine Harry. In Wirklichkeit ist das eine G50. Okay. Na dann. Hier unterscheidet man eine Harry von einer G50. Durch den Geschuss. Die G50 hat kein Peilung. Nein. Durch den Geschusstest. Du gerade in einem leichten Leaser. Nein, ich kann gerade landen. Achso. Und aufmunitionieren. Oh. Gibt's Temperature was gewesen? Ja, auf jeden Fall. Was ist das? Auf jeden Fall. Ja. West Ham. Fuel Decode. Und Motor hin. Oh. Oh, da ist noch eine Feindmaschine. Frische Spit. Oh, meh. Oh, meh. Oh, meh. Ah, frische Spit ist jetzt bei... Campagne Le Guinée. Kommt gerade sehr niedrig ein Richtung Flugplatz. Ich hab auch gar nicht raus. Noch eine zweite Spit ist shit. Ah, ja. Ne, das ist noch der Gangbang hier. Geiles Ende. Ja, von der 8.8 ist doch eine 9. Sieht geil aus, ne? Oh, scheiße. Ich will meinen Clips nicht zu laufen. Ich muss immer neu starten. Komplett mal den PC. Bis dann. Bis dann. Oh, der G50 schiepfeitet gerade mit zwei Speedys hier. Hast du ja, warum hast du... Hat deine Maschine noch nach unten gezogen, oder? Äh, nee. Baldersaus geflogen. Wir sind mit Kurschrauben geflogen. Ach so Baldersaus. Du warst gleich gerade... Einer Speedwasser und Öl geschossen. Oh, wie geil. Das ist nicht schlecht, ey. Ich gucke unten aufs Bord und sehe dich mal erst mal im ersten Moment. Ja, genau. Oh, Hurricane schießt mich an. Fuck. Da schießt. Ah, fliegelab... Ha. Rekt. Da ist noch eine Feindmaschine. Noch eine Feindmaschine. Kack... Ähm... Bei... Diggins... Ähm... Nein. Kampagne Le Genie. Kommt da jemand helfen? Ja, nein, vielleicht. Los, helft ihm. Ich bin in der Hintergrund. Okay, er hat mich nicht gesehen, aber... Oh, er hat mich gesehen, shit. Auf welcher Höhe bist du? Deck. Deck. Und rennen gerade so schnell ich kann. Ich komme aus Westen, bin etwa... 5 bis 10 Minuten entfernt. 5 bis was? Bis 10. Auf, hallo... 5 bis 10 Minuten hilft mir aber nichts. Nee, 5 bis 10 Minuten. Okay. Boah. Boah, also dein Mikro ist echt komplett am abkacken. Ja, voll ab. Hört echt keine Details. Das ist unglaublich. Minuten, Kilometer, Sekunden, keine Ahnung. Kann alles sein. Ja. Flügel ab. Noch einer. Sehr schön. Ja, wie du? Ja, wie du? Da ist noch eine Feindmaschine hier. Noch immer... Wir sind jetzt südlich. Campania und Le Guinier ein paar Kilometer. 2, 3. Da ist noch immer eine G50 mit einer Speedy unterwegs. Komm mal zur Hilfe. Wahrscheinlich wird mich aber die G50 verfluchen, weil ich ja die ganzen Kills von der Nase weg schnapp. Boah, die Törnsee von der Speedy nicht schlecht. Ich habe die Speedy draufgegeben. Hat Öl. Noch mal draufgegeben. Da hat mich aber schon wieder irgendwas gequert, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie leicht paranoid gerade. Ich sehe, überall Feindmaschinen. Oh, die G50 hat sich gerade reingerahmt. Die Speedy fliegt noch, aber im Tiefstflug und versucht sich zu verpissen. Ich hatte gerade einen Wassertemperaturfall von 102 Grad. Okay, die Speedy scheint zu landen. Alter, das ist schon 12 Kilometer, ehrlich. Ja, es waren jetzt aber drei Flüge im ersten Hafticht drei. Zweitens fünf und halt die restlichen jetzt noch. Einer kommt jetzt noch dazu, es werden gleich dann 13. fuck, das ist krass. Das hält dich nicht an, ne? Ja, ne? Auch viel mitgegeben. Leider nur halt auf nur MGs dabei. Okay. Okay. Gehst du gerade hoch? Ähm, ja, auf Fallhof 15, in der Lisa. Achso, ne, ich bin hier bei einer Speedy dabei, die am Deck angegangen wird. Ja, Viktor. Komm bis zu. Ich glaube, da bin ich auch. Pilotkill. Udo. Udo, ich wollte gerade reingehen. Oh, mir fühlt noch ein bisschen die Übersicht irgendwie. Vorsicht, über euch müsste noch eine Angefroßene gewesen sein. Ja, am Deck. Einer hat Sekt. Der gerade hochsteigt. Ah, nicht ich, Gott sei Dank. Der andere. Leider verloren. Jetzt Wasser. Was ist ein Stuka? Ja. Lol. Ja, und der ist vielleicht auch eben vorbei. Ja, 109 Kilometer hat es an sich. Wisst ihr, wo ihr gerade seid? Äh, nicht wirklich. Äh, südwestlich der Tri-Fields, glaube ich. Ja, okay. Rechts bei dem Platz, rechts neben Maki-West. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Äh, Udo Mber. Ne, Udo Mber ist nördlich von Maki-West. Ah, okay, wie klar. Ich gehe auf die Spitz, die kurft jetzt mit der Stuka. Ja, die du. Draufgegeben. Ich gehe runter, aber ich glaube, ich habe ihn nicht so gut getroffen. Der geht runter, ich glaube, der hat keinen Höhenruder mehr. Geht zumindest direkt rein. Das war Moos. Ja, ich sehe noch eine Spiti in der Lisa, nördlich des Platzes. Äh, es lief von, äh, auf 0,109 in der Lisa. Dort, wo gerade die Spiti abgeschossen worden ist, ist noch eine Spiti auf H5. Steigt gerade hoch. Der steigt hoch. Hab ihm was mitgegeben, denke ich. Warten die Wollsucker rein, hoffen, dass ich euch gleich wieder finde. Ja, die Stuka hängt sich wieder da dahinter dran. Hab's ja verloren, dummerweise. Geht jetzt über Rolf auf 10 ungefähr. Da war jetzt so 5, 6, 109er dran. Das ist ein Wahnsinn hier gerade. Bisschen verrückt hier gerade die Lage. Auf einmal gehe ich trotzdem nochmal rein. Der Drücker hängt verbissen dran. Ja, ich bin auch dahinter gerade. 109er auch, ja. Boah, koste ich jetzt eine zu dritter. Oh ja. Oh ja. Oh, Wasser hat er. Ja, ich habe, glaube ich, Wasser geschossen mit MGs. Ich habe keine 20 mehr. Ich gehe raus, das ist zu heftig. Ja, ich verbisse mich auch. Das ist verrückt. Vor allem kommen gleich sicher wieder neue. Das ist verrückt, Junge. Ah, Water Radiator Perforated eh. Ja, startest du nochmal, Karaya, oder? Nee, ich habe jetzt drei Flüge hinter mir. Ich mache jetzt mal Netflix and Chill. Kannst ja auch Bomber fliegen. Ich habe schon genug getötet heute. Genug Schädel für den Schädelthron und Blut für den Blutgott. Okay, wo treiben die beiden euch ruf, bei Falters, äh, Scherres? Äh, French Cliff, hallo, 10, steigend. Boah, da fetzt er nämlich die Ohrwarscheln raus. Äh, Pönig auch, hallo, 15, steigend. Die Oberstie, Scherres. Äh, bitte nicht, frage ich nicht nochmal. Hallo, 10, glaube ich. Weil das überschreitet sich so, das Mikro irgendwie. Osterwärtschel- Untertitelung des ZDF, 2020